Fiona Fiedler von der Neo, sie setzt die nächste Rednerin. Nötig. Und das kostet uns wieder Millionen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen bewusst ist, aber das bedeutet weiterhin Freistellung von Beamten. Weiterhin Tests, weiterhin Zuschüsse für die Länder und damit weiterhin beispielsweise Teststraßen. Jetzt kann man über die Pandemie und die bisherige Teststrategie sagen und denken, was man will. Aber wir haben alleine bis zum Sommer knapp 4 Milliarden Euro für Tests ausgegeben. Wissen Sie, was man mit 4 Milliarden Euro alles machen kann? Wahrscheinlich zwei Pflegereformen, bundesweite Pilotprojekte für persönliche Assistenz, Lohn statt Taschengeld umsetzen. Ich wäre so kreativ bei verschiedensten Möglichkeiten, ich sage es Ihnen. Aber weit gefehlt. Es wird die Übergangsfrist für das Pflegepersonal noch einmal verlängert. Das betroffene Personal aus dem Ausland muss auch noch dankbar sein, dass es während der Anerkennungsverfahren weiterhin in einem schlechteren Job arbeiten darf, als es eigentlich könnte. Aber man soll ja nicht undankbar sein. Konzentrieren wir uns auf die positiven Aspekte. Die Pandemie hat uns das E-Rezept gebracht und das ist gut so, weil die Menschen sich damit Wege ersparen und die Digitalisierung endlich voranschreitet. Dass wir diese Möglichkeit jetzt auch für Medikamente schaffen, die nicht von der Krankenkasse gezahlt werden, klingt wie eine Winzigkeit, aber es ersparen sich tausende Frauen den Besuch beim Arzt, um ein neues Rezept beispielsweise für die Bille zu holen. Für die Zukunft brauchen wir aber noch viel mehr Fortschritt. Wir brauchen Abstimmungen zwischen den Gesetzen und eben nichts mit Übergangsfristen und Querverweisen und verschiedenen Zuständigkeiten. Und genau in diesem Bereich wird es aber Zeit, die Pandemie endlich zu beenden und langfristig abgestimmte Gesetze zu machen. Hören wir bitte mit dem Fleckerlteppich auf und arbeiten wir gemeinsam an der Verbesserung unseres Gesundheitssystems. Danke. Die Corona-Pandemie hätte gezeigt, dass es besser aufeinander abgestimmte Gesetze geben müsse und nicht nur ständig Verlängerungen von Regelungen. Sofie noch viele von den NEOS.